Freundinnen und Freunde der Sterne, freut euch auf einen Juni der Leichtigkeit und Lebensfreude. Viele schöne Aspekte versüßen uns das Leben und wichtige kosmische Ereignisse gibt's auch. Mars wechselt in den Stier und bringt uns eine ganz neue sinnliche Power. Wir feiern die Sommersonnenwende und Ende des Monats betritt Schamanin Lilith die Waage. Das ist eine spürbare neue Energie für unsere Beziehungen. Was das für euer Sternzeichen und euren Aszendenten bedeutet, das erfahrt ihr in diesem Beitrag. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast zum großen Monatshoroskop im Juni 2024. Hier erfahrt ihr, wie die Sterne im Juni für euer Sternzeichen und euren Aszendenten stehen und die Timecodes, die euch jeweils dorthin führen, findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Da müsst ihr ein bisschen scrollen bis unter den Horoskop-Shop. Aber bleibt zunächst noch dran, denn es gibt ein Gewinnspiel und tolle Neuigkeiten und ich informiere euch über die kosmische Schwingung des Monats. Und weil wir gleich zu Beginn des Monats großartige und wundervolle Aspekte haben, vielleicht die besten des Jahres, möchte ich diese Zeitqualität nutzen, um endlich mein allergrößtes Herzensprojekt zu starten, die Antonias Sterne-Community. Am 4. Juni ist es soweit, dann eröffnet die Community ihre Tore und ich lade euch ein, Teil einer exklusiven Gemeinschaft zu werden, in der wir tief ins Horoskop eintauchen. Und ich weiß dann genau, welche Konstellationen wirklich bei euch aktuell sind, weil ich nämlich von jedem Mitglied das Geburtshoroskop erstellen werde. So begleite ich euch durch das Jahr und gebe euch rechtzeitig Denkanstöße zu wichtigen Lebensthemen. Es gibt regelmäßige Zoom-Meetings mit Antworten auf eure Fragen, Planetenmeditationen und Mondrituale. Außerdem erhaltet ihr exklusive Mitgliederrabatte auf alle schriftlichen Horoskope und Workshops. Wir erschaffen einen geschützten Raum, in dem ihr euch auch untereinander austauschen könnt und alle sind willkommen, egal ob ihr noch ganz am Anfang steht oder euch schon lange für die Astrologie begeistert. Zur Eröffnung gibt es ein tolles Angebot. Tretet bei bis zum 16. Juni und spart 150 Euro auf die Jahresmitgliedschaft. Mehr Infos zu euren Vorteilen und zur Anmeldung verlinke ich euch hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes. Ich freue mich riesig, euch bald begrüßen zu dürfen. Auch mein monatliches Gewinnspiel ist diesmal unserer neuen Community gewidmet. Da habe ich mir wirklich etwas ganz Besonderes überlegt. Unter allen, die bis zum 16. Juni Mitglied werden, verlose ich eine einstündige Premium-Beratung bei mir. Und die ersten zehn, die sich anmelden, werden Gründungsmitglieder und haben einen Sonderstatus. Seid ihr dabei? Dann lassen wir zusammen die Korken knallen. Und noch etwas gibt es zu feiern. Ich bin super glücklich, dass unser Jupiter-Horoskop wie versprochen pünktlich an den Start gegangen und jetzt erhältlich ist mit Ray Merrimans exklusiven Finanzranking für jeden Jupiter-Aspekt, den ihr in den nächsten zwölf Monaten bekommt, sodass ihr eure finanziellen Entscheidungen gut planen könnt. Falls ihr das Jupiter-Horoskop noch nicht habt, könnt ihr es euch jetzt noch schnell zum Rabattpreis sichern, denn wir haben die Einführungsaktion bis zum 30. Mai verlängert. Und hier ist die glückliche Gewinnerin aus der Verlosung vom Mai, Bettina Fieger. Vielen Dank für dein supernettes Feedback. Ich habe mich da sehr darüber gefreut. Herzlichen Glückwunsch, du hast ein Pluto-Horoskop gewonnen. Ich wünsche dir tiefschürfende Erkenntnisse damit. Bitte melde dich hier unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse service-at-antonialangsdorf.com, damit wir dir deinen Gewinn zusenden können. Jetzt schauen wir in die Konstellationen. Die Sonne steht in den fröhlichen Zwillingen und mit ihr Venus, Jupiter und ab dem 3. Juni auch Merkur. Kosmisch gesehen haben wir eine sagenhaft gute Woche bis zum Neumond am 6. Juni. Diese Tage sind toll für fast alles. Spaß haben, lachen, flirten, Lebensfreude, aber auch Verhandlungen führen, Geld verdienen oder um ein tolles neues Projekt zu beginnen. Merkt euch deswegen jetzt schon mal, dass ihr wichtige Termine, Gespräche und auch Freizeitaktivitäten optimalerweise in die 1. Juni-Woche legt. Günstig und konstruktiv sind die Aspekte dann auch wieder ab dem 21. Juni für den Rest des Monats. Dazwischen haben wir zwar viele fantasievolle und interessante Momente, aber auch einige schwierige Aspekte. In diese Zeit fällt ja auch der Start der Fußball-EM, für die wir in Deutschland Gastgeber sein dürfen. Das wird bestimmt eine schöne Fußballparty. Aber mit den ganzen Neptun-Einflüssen könnte ich mir schon vorstellen, dass es manche mit dem Feiern übertreiben und dann öfter mal einen ziemlichen Kater haben werden. Passt beim Public Viewing auf, dass euch keiner K.O.-Tropfen ins Bier schüttet. Aber wenn ihr ein bisschen auf euch Acht gebt, dann könnt ihr euch auf ein schönes Fußballfest freuen. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wenn ihr Lust habt, können wir ja mal einen Fußball-Livestream machen. Fußball-Astrologie ist nämlich unglaublich interessant, vor allem wenn man ein Spiel mit dem Horoskop live beobachtet. Kommentiert mir doch hier mal, was ihr von dieser Idee haltet. Aber zurück zu den Sternen für alle. In den ersten Juni-Tagen werden viele wie auf Wolken schweben. Die Aspekte machen Mut, inspirieren uns und fördern jede Art von Austausch und Handel. Die kosmischen Kräfte sind auch sehr günstig für unsere Beziehungen, Flirts und Liebesgeflüster. Schöne, heilsame und therapeutische Gespräche stehen ebenfalls unter guten Sternen. Und diejenigen, die viel Geld bewegen, dürften einen guten Lauf haben. Worte der Macht können jetzt gesprochen werden und zwar auf harmonische Weise. Das sind tolle Tage für Affirmationen oder auch für ein Ritual, wenn ihr Wünsche ans Universum habt. Diese fabelhaften kosmischen Kräfte fließen und umgeben uns bis zum Neumond in den Zwillingen am 6. Juni. Sammelt deshalb schon mal eure Ideen, was ihr euch wünscht oder was ihr in nächster Zeit erreichen wollt. Und wenn ihr ein Vorhaben starten wollt, legt es gleich in die erste Woche des Monats. Am 6. Juni haben wir dann den Neumond in den Zwillingen. Die Stimmung ist gut und inspirierend. Es ist ein toller Neumond, um Pläne zu machen, vor allem wenn ihr mit Wort und Sprache zu tun habt. Ideen und Gedanken haben eine große Kraft. Doch Saturn mahnt uns, unsere Wünsche und Vorstellungen auf eine vernünftige Basis zu stellen und darüber nachzudenken, wie wir damit umgehen wollen, falls Probleme auftauchen. Mehr Tipps für eure Neumond-Themen erhaltet ihr gleich in den Sternzeichenhoroskopen. Prüfungsplanet Saturn bildet am 8. Juni einen Aspekt der Ernüchterung und der Prüfung. Das ist ein bisschen, wie wenn man nach einem schönen Wochenende mit einer großen Party wieder zur Arbeit muss. Dann hat uns die Realität wieder. Nun werden wir getestet, ob wir unsere Pläne auch ernst meinen. Vielleicht gibt es Verzögerungen oder wir begegnen Menschen, die unsere Ideen skeptisch betrachten. Seht es als Test. Bei Saturn geht es immer darum, dass man geprüft wird, ob man wirklich hinter dem steht, was man erreichen möchte und ob man auch bereit ist, dafür Hindernisse zu überwinden oder mehr Arbeit einzusetzen. Diese Phase dauert etwa bis zum 13. Juni und da müssen wir einfach Geduld haben und nicht gleich aufgeben. Auch Krieger Mars spielt dabei eine wichtige Rolle. Er geht am 9. Mai in den Stier. Dort herrscht die Venus. Deshalb gilt das Zeichen Stier in der klassischen Astrologie als ungünstig für Mars. Es soll ihn angeblich schwächen, aber meine Erfahrung ist eine andere. Leute mit Mars im Stier erlebe ich als äußerst stark und unermüdlich, körperbetont und lustvoll. Mars im Stier macht nach außen hin nicht sehr aggressiv. Allerdings ist er tatsächlich sehr stur. Man kann ihn nur durch Verführung oder durch Überzeugung umstimmen und manchmal auch gar nicht. Aber wenn man mit diesem Mars an einem Strang zieht, kann man damit absolute Superkräfte entwickeln und man wird irgendwie niemals müde. Aktuell ist es dann allerdings so, dass Mars, gleich wenn er in den Stier wechselt, als erstes mit Machtplanet Pluto konfrontiert wird. Dann liegt viel Spannung in der Luft. Und so wird es Leute geben, die sich mit aller Macht durchsetzen wollen oder komplett auf Stur schalten, anstatt Probleme mit Umsicht und Geduld anzugehen und sich dabei mit anderen abzusprechen. Es kann sogar zu Machtspielchen kommen, auch in unseren persönlichen Beziehungen. Aber lasst euch da nicht hineinziehen. Geht ein bisschen auf Abstand. Wahrscheinlich werdet ihr feststellen, dass Menschen, die so etwas machen, vor allem mit sich selbst zu kämpfen haben. In solchen Zeiten ist es immer nützlich, wenn man sich ganz klar abgrenzt und sich bewusst macht, wo das eigentliche Problem liegt, nämlich meistens bei der Person selbst, die einem Schwierigkeiten macht. Die kritische Zeit mit Mars und Pluto ist vom 9. bis zum 15. Juni. Dieser Spannungsaspekt kann auch die Verletzungsgefahr erhöhen, und zwar vor allem in Situationen, wo man etwas mit aller Macht erreichen will und dabei nicht aufpasst. Am stärksten spürt ihr diese Spannung, wenn ihr wichtige Horoskoppositionen auf 0 bis 3 Grad der fixen Zeichen habt, also Stier, Löwe, Skorpion und Wassermann. Wie gut, dass sich dieser Aspekt kurz vor Beginn der Fußball-EM auflöst. Vielleicht erleben wir im Vorfeld Krawalle unter den Fußballfans oder Ängste vor Anschlägen oder ein wichtiger Fußballstar verletzt sich beim Training. Aber wenn es dann losgeht, überwiegt die Freude am Fußballfest. Ab dem 17. Juni haben wir eine deutliche Energiewende. Dann gehen Liebesgöttin Venus und Denkplanet Merkur gemeinsam ins Zeichen des empfindsamen Krebses, und zwar für die nächsten drei Wochen. Dabei wechseln sie vom geistigen Luftelement ins gefühlvolle Wasserelement. Das ist eine schöne Konstellation für liebevolle Gespräche. Sie macht empathisch und weckt unser Verständnis für die Emotionen anderer. Beruflich fördert das alle, die helfend und heilend arbeiten und ist auch gut für Charity-Projekte. Allerdings sind jetzt viele Menschen auch besonders empfindsam. Am 20. Juni um 22.50 Uhr folgt dann auch die Sonne in den Krebs und die Krebssaison beginnt. Zugleich ist das der Moment der Sommersonnenwende. Dann können wir den längsten Tag des Jahres feiern und mit etwas Glück den Glühwürmchen beim Tanzen zuschauen. Die Sonne steht jetzt im Zenit ihrer Kraft. Eine Woche vor und bis eine Woche nach der Sonnenwende haben wir eine wundervolle Zeit mit superlangen, schönen Sommerabenden. Vielleicht spürt ihr das, weil ihr weniger Schlaf braucht oder gern früher aufsteht als sonst. Und dann nutzt das auch aus, um Licht und Kraft zu tanken. Und für alle, die dann im Fußballfieber sind, ist an Schlaf wahrscheinlich gar nicht mehr zu denken. In der Nacht zum 22. Juni folgt dann der Vollmond auf der Achse Krebs-Steinbock. Die Stimmung ist nun insgesamt gefühlvoller und empfindsamer. Die gesamte Zeit vom 17. Juni bis zum Vollmond hat etwas Magisches und Traumhaftes. Denn während dieser Tage wird der verträumte und fantasievolle Neptun aktiviert und mit ihm auch Schamanin Lilith. Das sieht man hier im Horoskop des Vollmondes besonders gut an diesem großen Kreuz. Das sind sicherlich wundervolle Tage für spirituelle Arbeit oder um ein tolles Ritual zu zelebrieren. Im Alltag könnte die Konstellation allerdings zu einigen Schwierigkeiten führen. Wir könnten verpeilter sein als sonst und zum Beispiel Dinge vergessen, verlegen, nicht richtig zuhören oder zusagen, einfach nicht einhalten, weil wir an etwas anderes denken oder vor uns hinträumen. Also darauf müsst ihr achten in dieser Zeit, die so ein bisschen zwischen Traum und Wirklichkeit hin und her schwankt. Auf jeden Fall solltet ihr euer Traumtagebuch bereitlegen, denn alle, die empfindsam sind, erhalten jetzt bestimmt Botschaften aus der geistigen Welt. Zum Ende des Monats hin werden wir dann aber wieder wacher und realistischer. Dafür sorgt Saturn, Planet der Klarheit und der Konsequenzen. Der wird am 29. Juni rückläufig und das bedeutet, dass er besonders starke Kräfte der Realisation und der Manifestation entwickelt, und zwar rund um seine stationäre Phase vom 24. Juni bis zum 4. Juli. In dieser Zeit kann es uns gelingen, unsere Fantasien und Träume aus den Tagen vorher in die Wirklichkeit umzusetzen, wenn sie das Potenzial dazu haben. Es kann aber auch bedeuten, dass man mit den Konsequenzen konfrontiert wird, wenn man zuvor Aufgaben und Projekte unter dem Einfluss von Neptun zu sehr hat schleifen lassen. Am 29. Juni hat auch unsere innere Schamanin Lilith noch einen großen Auftritt. Sie wechselt nämlich ins Zeichen Waage, also in den Palast der Venus, und hält sich dort die nächsten neun Monate auf. Das wird eine interessante Zeit für unsere Beziehungen, denn Lilith wird uns hier auffordern, stärker auf Fairness und Gerechtigkeit zu achten. Sie möchte nicht, dass wir uns um des lieben Friedenswillen verbiegen, sondern sie möchte, dass wir für uns einstehen, was ein bisschen den Interessen der diplomatischen Waage widerspricht. Aber Lilith interessiert sich nicht für Diplomatie, sondern sie will authentisch sein und so respektiert werden, wie sie ist, mit allen Ecken und Kanten. Und das wollen wir dann auch. Richtig gute Beziehungen, die auch auf Freundschaft basieren, in denen man viel miteinander unternimmt und auf Augenhöhe ist, die werden davon sogar profitieren, denke ich. Denn Lilith ist sehr anregend und kreativ. Im Künstlerzeichen Waage wird sie sicherlich allen, die kreativ arbeiten, viel Inspiration für neue Werke schenken. Aber diejenigen, die immerzu Dinge unter den Teppich kehren oder an einer Beziehung festhalten, die eigentlich schon nicht mehr funktioniert, die sind jetzt gefordert, sich damit ehrlich auseinanderzusetzen. Über den spannenden neuen Lilith Transit werden wir sicherlich in den kommenden Monaten öfter mal sprechen, gerade auch in unserer neuen Community. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen im Juni und jetzt wollen wir uns den Sternzeichenhoroskopen zuwenden. Mein Tipp ist, dass ihr euch neben eurem Sternzeichen auch euer Aszendentenzeichen anschaut und hineinspürt, womit ihr in Resonanz steht. In der Community erfahrt ihr dann in Zukunft noch genauer, wie die Konstellationen in eurem persönlichen Horoskop wirken. Darauf freue ich mich schon sehr. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß und gute Erkenntnisse mit euren Sternzeichenhoroskopen und wir beginnen wie immer mit den Wittergeborenen und Witteraszendenten. Hallo, ihr selbstbewussten Wittergeborenen und Witteraszendenten. Aufregende kosmische Ereignisse kündigen sich an. Jupiter steht jetzt in den Zwillingen und regt für die nächsten zwölf Monate euren Spaß am geselligen Austausch und eure Lust am Lernen an. Und Ende Juni beehrt euch die wilde Göttin Lilith in eurem Partnerhaus. Auch das verspricht aufregende Zeit mit interessanten Leuten. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch spannende Neuigkeiten aus der Sternenwerkstatt für euch. Am 4. Juni ist es soweit. Die Antonias Sterne Community öffnet ihre Tore. Werdet Teil einer exklusiven Gemeinschaft, in der wir tief ins Horoskop eintauchen. Egal, ob ihr noch am Anfang steht oder euch schon lange für Astrologie begeistert, hier findet ihr einen Platz unter Gleichgesinnten. Auf der Basis eures persönlichen Geburtshoroskops begleite ich euch durch das Jahr und in unseren Zoom-Meetings erhaltet ihr Antworten auf eure Fragen. Genießt außerdem Mitgliederrabatte und viele andere Vorteile. Kommt jetzt in die Community, dann spart ihr 150 Euro auf die Jahresmitgliedschaft und ihr könnt eine Premium-Beratung bei mir gewinnen. Das Angebot gilt bis zum 16. Juni. Mehr Infos zu euren Vorteilen und zur Anmeldung verlinke ich hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes. Ich freue mich riesig, euch bald zu begrüßen. Mit Jupiter und den übrigen Planeten in den Zwillingen erwischt ihr einen guten Start in den Monat. Es gibt viele Partys zu feiern und bestimmt bekommt ihr viele Einladungen, zum Beispiel zum gemeinsamen Fußball-EM-Schauen mit Nachbarn und Freunden. Aber auch wenn ihr damit gar nichts am Hut habt, genießt ihr einen sehr lebendigen Alltag und habt die Möglichkeit, euch mit interessanten Menschen auszutauschen und kommt irgendwie mit jedem ins Gespräch. Das kann euch auch beruflich nützen. Vor allem, wenn ihr beratend oder im Verkauf tätig seid, habt ihr jetzt einen super Lauf und auch finanzielle Verhandlungen laufen gut. Ihr seid nicht nur überzeugend, sondern auch humorvoll. Ein kleiner Tipp der Sterne wäre vielleicht, euch nicht nur auf eure eigenen Argumente zu konzentrieren, sondern auch ganz bewusst zuzuhören. So erreicht ihr, was ihr wollt. Auch der Neumond am 6. Juni steht ganz im Zeichen einer guten Kommunikation und die Spirituellen unter euch haben jetzt bestimmt auch einen guten Draht zum Universum. Oder euch fallen tolle Affirmationen ein, die ihr einsetzen könnt, um euch selbst oder eure aktuellen Projekte zu stärken. Für die Liebe habt ihr bis zum 17. Juni besonders schöne Sterne. Euch fallen die richtigen Worte ein, um jemanden zu betören. Und wenn ihr Single seid, haltet mal die Augen in eurem direkten Umfeld offen. Da kann euch völlig unerwartet jemand in die Arme laufen und das kann sogar ein Seelenpartner sein. Am 9. Juni verlässt Powerplanet Mars euer Zeichen und zieht weiter in den Stier. Das ist ein wichtiger Energiewechsel für euch. Die Zeit vom 9. bis zum 14. Juni kann sehr angespannt sein. Auch die Verletzungsgefahr könnte erhöht sein. Nehmt euch deshalb mehr Zeit für alles und lasst euch nicht unter Druck setzen. Mars im Stier kann euch finanziell sehr unterstützen. Steht euch noch was zu, dann könnt ihr jetzt die Mahnungen schreiben. Aber haltet eure eigenen Zahlungsverpflichtungen auch unbedingt ein. Ab dem 17. Juni belebt sich euer Zuhause. Erwartet ihr Besuch oder plant ihr ein Familientreffen oder steht vielleicht ein Umzug an? Jedenfalls scheint ordentlich was los zu sein und der Kosmos schenkt euch die Energie für solche Vorhaben. Wichtig ist nur, dass ihr euch gut mit allen absprecht und die Aufgaben fair verteilt, damit es nicht zu Unstimmigkeiten kommt. Es kann nämlich durchaus sein, dass Familienmitglieder sich bequem zurücklehnen und anderen die ganze Arbeit überlassen wollen. Mit der Sommersonnenwende am 20. Juni beginnt die Krebssaison. Für euch häufig auch eine Zeit mit Fokus auf euer Heim und die Familie. Ein Licht auf eure Karriere und eure Berufung wirft dann der Vollmond im Steinbock in der Nacht zum 22. Juni. Was ist euch wichtig? Eure Karriere oder doch mehr die Beziehung oder eine bestimmte kreative Aufgabe? Der Vollmond kann euch zu diesen Themen sehr inspirieren. Am 29. Juni beginnt die wilde Göttin Lilith ihren neuen Transit durch die Waage. Und das ist bei euch das kosmische Partnerhaus. In den kommenden neun Monaten werdet ihr spannende Begegnungen erleben. Menschen, häufig Frauen, könnten euch provozieren und dadurch mit ganz tiefen und urigen Gefühlen in Kontakt bringen. Vielleicht auch heißen Liebesgefühlen. Oder ihr begegnet einer Person, die eine kreative oder mystische Leidenschaft in euch weckt. Vielleicht engagiert ihr euch auch politisch für mehr Gerechtigkeit. Es wird jedenfalls eine spannende Zeit für euch. Das waren eure Tendenzen im Juni. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr sinnlichen Stiergeborenen und Stier-Ascendenten. Zwölf Monate lang hat Glücksplanet Jupiter euch in sein Scheinwerferlicht gestellt. Jetzt steht ihr in eurem Nachbarzeichen, Zwillinge, und damit in eurem kosmischen Geldhaus. Und auch das ist sehr günstig für euch. Und im Juni gibt es noch einen wichtigen Zeichenwechsel. Die wilde Göttin Lilith wandert in die gerechtigkeitsliebende Waage. Was das genau für euch bedeutet, schauen wir uns gleich näher an. Doch vorher möchte ich euch gerne noch die Neuigkeiten aus der Sternenwerkstatt berichten. Am 4. Juni ist es soweit. Die Antonias Sterne-Community öffnet ihre Tore. Werdet Teil einer exklusiven Gemeinschaft, in der wir tief ins Horoskop eintauchen. Egal, ob ihr noch am Anfang steht oder euch schon lange für Astrologie begeistert, hier findet ihr einen Platz unter Gleichgesinnten. Auf der Basis eures persönlichen Geburtshoroskops begleite ich euch durch das Jahr und in unseren Zoom-Meetings erhaltet ihr Antworten auf eure Fragen. Genießt außerdem Mitgliederrabatte und viele andere Vorteile. Kommt jetzt in die Community, dann spart ihr 150 Euro auf die Jahresmitgliedschaft und ihr könnt eine Premium-Beratung bei mir gewinnen. Das Angebot gilt bis zum 16. Juni. Mehr Infos zu euren Vorteilen und zur Anmeldung verlinke ich hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Ich freue mich riesig, euch bald zu begrüßen. Ein Jahr lang hat Jupiter euer Sonnen- oder Aszendentenzeichen besucht und ich bin super gespannt, wie das für euch so gelaufen ist. Schreibt mir doch gerne mal hier in die Kommentare, wie ihr das gespürt habt. Jetzt im Juni stehen Jupiter und die Sonne in eurem kosmischen zweiten Haus und da geht es um euer Geld und um euren Wert. Das sind beides super wichtige Themen für euch und da werdet ihr ein weiteres Jahr von dem positiven Einfluss Jupiters profitieren. Der Juni ist bis zum 20. auch eine super Phase für euch, um Geld anzulegen oder zu investieren. Die Sterne stehen hier sehr günstig für euch. Falls ihr an eurem Selbstwert arbeiten wollt oder auch an der Mehrung eures Wohlstands, dann bietet sich der 6. Juni super an. Da haben wir den Neumond in den Zwillingen in eurem Geldhaus. Fülle ist für euch ein Grundbedürfnis und da könnt ihr euch gut in einer Meditation zum Neumond dem Thema widmen. Vielleicht habt ihr dann einen Geistesblitz oder eine Eingebung, wenn es hier einen Mangel bei euch geben sollte. Auch für eure Selbstliebe und Selbstwertschätzung ist das ein wichtiger Neumond. Liebt euch so sehr, wie ihr andere liebt. Falls ihr in den letzten Wochen ein bisschen angeschlagen wart oder ein größeres Bedürfnis nach Rückzug hattet, dann kann sich das jetzt wieder ändern, wenn unser innerer Krieger Mars am 9. Juni in euer Zeichen wandert und euch für die nächsten Wochen mit seiner Energie versorgt. Nur in den ersten Tagen solltet ihr ein bisschen aufpassen. Ihr habt da ein verhöhtes Verletzungsrisiko. Kritisch ist hier die Zeit vom 9. bis zum 16. Juni. Kurz darauf beginnt dann die Fußball-EM bei uns und ihr bekommt wahrscheinlich richtig Lust, das Fußballfest mit euren Freunden und eurer Familie zu zelebrieren oder euer eigenes Interesse an Sport und Bewegung steigt. Ihr habt dann auf jeden Fall mehr Energie und fühlt euch aktiver. Ab dem 17. Juni beginnt die Energie, sich langsam zu ändern. Venus und Götterbote Merkur wandern in den gefühlvollen Krebs. Kurz darauf, am 20. Juni, folgt die Sonne und es ist Sommersonnenwende, der längste Tag des Jahres. Für euch beginnt dann eine schöne harmonische Phase, in der ihr euch gut dem süßen Nichtstun hingeben könnt, falls das möglich sein sollte. Gleichzeitig steht der Vollmond am 22. Juni super günstig für euch im erdverbundenen Steinbock. Ihr habt vielleicht Reisepläne für die Zeit und wenn nicht, könnt ihr vielleicht ein schönes langes Wochenende mit eurem Lieblingsmenschen wegfahren. Das würde euch total gut tun. Bevor der Juni sich auch schon wieder verabschiedet, haben wir noch einen wichtigen Zeichenwechsel am 29. Die wilde Göttin Lilith wandert ins Beziehungszeichen Waage. Bei euch ist das der kosmische Lebensbereich für Alltag und Gesundheit. Das wird ein spannender Transit, der euch dabei unterstützen wird, mehr auf euren Körper zu achten und vielleicht auch das ein oder andere Kilo zu verlieren, wenn ihr da während eurer Jupiterzeit ein bisschen zugenommen hattet. Aber auch alternative Heilmethoden können jetzt super bei euch wirken und ihr könnt hier in den nächsten neun Monaten freier und selbstbestimmter werden, gerade in euren täglichen Abläufen und auch im Büro. Vielleicht arbeitet ihr dann mehr von zu Hause aus oder könnt Reisen und Arbeiten besser kombinieren. Das waren eure Tendenzen im Juni. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr lebenslustigen Zwillinge und Zwillinge-Ascendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Juni Geburtstag habt. Freut euch auf ein Lebensjahr, in dem Glücksplanet Jupiter in eurem eigenen Zeichen steht und euch kosmisch unterstützt. Auch die wilde Lilith wird ab Ende Juni super günstig für euch stehen und euch die nächsten neun Monate mit Leidenschaft und Kreativität beschenken. Bevor wir uns das näher anschauen, habe ich noch super spannende Neuigkeit aus der Sternenwerkstatt für euch. Am 4. Juni ist es soweit. Die Antonias Sterne-Community öffnet ihre Tore. Werdet Teil einer exklusiven Gemeinschaft, in der wir tief ins Horoskop eintauchen. Egal, ob ihr noch am Anfang steht oder euch schon lange für Astrologie begeistert, hier findet ihr einen Platz unter Gleichgesinnten. Auf der Basis eures persönlichen Geburtshoroskops begleite ich euch durch das Jahr und in unseren Zoom-Meetings erhaltet ihr Antworten auf eure Fragen. Genießt außerdem Mitgliederrabatte und viele andere Vorteile. Kommt jetzt in die Community, dann spart ihr 150 Euro auf die Jahresmitgliedschaft und ihr könnt eine Premium-Beratung bei mir gewinnen. Das Angebot gilt bis zum 16. Juni. Mehr Infos zu euren Vorteilen und zur Anmeldung verlinke ich hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes. Ich freue mich riesig, euch bald zu begrüßen. Im Juni steht die Sonne in eurem Zeichen und es liegt eine wundervoll leichte und fröhliche Energie in der Luft. Ihr habt viel Power und fühlt euch einfach pudelwohl in eurer Haut. Besonders die erste Monatshälfte ist sehr günstig für euch. Versucht, wichtige Termine wie Bankbesuche oder auch Kundenpräsentationen möglichst in die Zeit vor dem 8. Juni zu legen. Aber auch für private Verabredungen wie auch großartige Dates und viel Spaß mit der Clique habt ihr tolle Sterne. Ihr seid sehr kommunikativ und sprudelt über vor Ideen. Aber lasst auch andere mal zu Wort kommen. Wenn ihr es schafft, zwischendurch auch aufmerksam und aktiv zuzuhören, dann kann euch niemand mehr widerstehen. Gerade Singles, die am Daten sind, sollten keine Monologe halten, sondern auch ihr Gegenüber mal zu Wort kommen lassen. Ein richtiges kosmisches Klassentreffen haben wir rund um den Zwillinge-Neumond am 6. Juni. Das ist für euch der wichtigste Neumond des Jahres. Nutzt auf jeden Fall die kosmische Energie des neuen Mondzyklus für euer neues Lebensjahr. Ihr könnt zum Beispiel in einer Meditation jetzt wunderbar die Weichen für die kommenden 12 Monate stellen. Dream big sollte euer Motto sein. Jupiter wird euch unterstützen und das ganze Jahr begleiten. Nur bei eurem Geburtstagskuchen dürft ihr es etwas langsamer angehen lassen. Der Expansionsplanet begünstigt nämlich auch Gewichtszunahmen. Die Tage nach dem Neumond könnten ein bisschen anstrengend werden. Eigentlich wollt ihr euch nur am Leben erfreuen und den Vögeln beim Zwitschern zuhören, aber euer Job zwingt euch eisern an den Schreibtisch und beruflich seid ihr ziemlich gefordert. Kämpfer Mars wechselt am 9. Juni in das gemütliche Zeichen Stier und das kann euch in den nächsten Wochen eher müde und ein bisschen bequem machen. Genau richtig, um beim Sport nur zuzuschauen, wie jetzt bei der Fußball-EM. Aber gebt auf euch Acht, euer Erholungsbedürfnis steigt und eine wilde Party beim Public Viewing kann euch stärker erschöpfen, als ihr es eigentlich gedacht habt. In der zweiten Monatshälfte beginnt sich die Energie dann langsam zu ändern. Am 17. wechseln Liebesgöttin Venus und Denkplanet Merkur in den gefühlvollen Krebs und kurz darauf folgt auch die Sonne. Für euch geht es dann um euren Selbstwert und auch finanzielle Themen rücken mehr in den Vordergrund. Am 20. Juni haben wir dann die Sommersonnenwende und können den längsten Tag des Jahres feiern. Die besonders Tanzwütigen unter euch könnten von Mittsommer gleich durchfeiern bis zum Vollmond in der Nacht zum 22. Juni. Der allerdings steht im konsequenten Steinbock und könnte euch daran erinnern, dass man sich auf manche Dinge auch wirklich einlassen und Verantwortung übernehmen muss. Zum Beispiel in der Beziehung mit dem Herzensmenschen. Bevor der Monat endet, haben wir noch einen super wichtigen Zeichenwechsel. Die wilde Göttin Lilith geht ab dem 29. Juni in die charmante Waage und wird hier neun Monate bleiben. Die Schamanin wird euch zu kreativer Wildheit verleiten. Sie will, dass ihr unbeirrt und furchtlos dem Ruf eures Herzens folgt und Spaß an den einfachen und natürlichen Dingen des Lebens findet. Zum Beispiel Ausflüge in die Natur oder freies Spiel mit Kindern. Lilith steht sehr günstig für euch und wird euch helfen, mutiger zu sein und mehr für euch und eure Bedürfnisse einzustehen. Gerade wenn ihr manchmal dazu neigt, um des lieben Friedenswillen mehr für andere zu machen, als gut für euch ist. Das waren eure Tendenzen im Juni. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr sensiblen Krebsgeborenen und Krebsaszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Juni Geburtstag habt. Bevor die Sonne in euer Zeichen wechselt, habt ihr eine fantasievolle und träumerische Phase. Weil jetzt Glücksplanet Jupiter in eurem Lebensbereich für Visionen und Spiritualität steht, könntet ihr ein großes Bedürfnis haben, mehr als sonst in euch hineinzuspüren. Oder auch in die Astrologie und ihre Geheimnisse. In dem Fall habe ich interessante Neuigkeiten aus meiner Sternenwerkstatt für euch. Am 4. Juni ist es soweit. Die Antonias Sterne Community öffnet ihre Tore. Werdet Teil einer exklusiven Gemeinschaft, in der wir tief ins Horoskop eintauchen. Egal, ob ihr noch am Anfang steht oder euch schon lange für Astrologie begeistert, hier findet ihr einen Platz unter Gleichgesinnten. Auf der Basis eures persönlichen Geburtshoroskops begleite ich euch durch das Jahr und in unseren Zoom-Meetings erhaltet ihr Antworten auf eure Fragen. Genießt außerdem Mitgliederrabatte und viele andere Vorteile. Kommt jetzt in die Community, dann spart ihr 150 Euro auf die Jahresmitgliedschaft und ihr könnt eine Premium-Beratung bei mir gewinnen. Das Angebot gilt bis zum 16. Juni. Mehr Infos zu euren Vorteilen und zur Anmeldung verlinke ich hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Ich freue mich riesig, euch bald zu begrüßen. Für euch beginnt der Juni mit einer sehr intuitiven Phase. Eure geistigen Antennen sind feiner und ihr nehmt die Welt um euch herum feinstofflicher wahr als sonst. Auch verliert ihr euch vielleicht öfter in Tagträumen und fühlt euch irgendwie entkoppelt vom Alltag und auch ein Stück weit von der Realität. Das kann natürlich super schön sein, aber leider ist auch im Job ziemlich viel von euch gefordert. Gerade in der ersten Juni-Woche solltet ihr Vollgas im Beruf geben und wollt doch eigentlich nur euren Gedanken nachhängen. Versucht, Raum für beides in eurem Alltag zu schaffen. Ab dem 9. Juni wird es ruhiger im Büro und ihr habt den Kopf mehr frei. Kurz vorher, am 6. Juni, haben wir den Neumond in eurem Nachbarzeichen, den geistreichen Zwillingen. Das könnte euch ein paar traumreiche Nächte bringen, in denen ihr vielleicht unruhig schlaft oder besonders intensiv träumt. Ihr solltet auf jeden Fall ein Traumtagebuch auf eurem Nachttisch legen und euch Gedanken, die euch in der Nacht oder am Morgen kommen, gut aufschreiben. Diejenigen von euch, die schamanisch arbeiten, können die Neumond-Energie gut für ein Ritual nutzen und sich mit ihren Geistführern oder Ahnen verbinden. In der Liebe seid ihr in diesen Tagen eher zurückgezogen. Vielleicht träumt ihr einfach gerade lieber von schönen Liebesabenteuern, anstatt sie wirklich leben zu wollen. Aber das ist nur eine kurze Phase. Bald schon kommt Venus in euer Zeichen und ihr geht in die Charme-Offensive. Am 9. Juni wandert Kämpfer Mars in den genussvollen Stier und aktiviert damit euren Freundschafts- und Sozialbereich. Ihr habt dann richtig Lust mit euren Freunden oder der Clique schöne Abende im Biergarten oder beim Grillen zu verbringen. Und falls ihr im EM-Fußballfieber seid, werdet ihr gemeinsame Fußballabende genießen. Auch der Stress im Job lässt endlich nach. So macht der Sommer Spaß. Die zweite Monatshälfte läutet dann die beste Zeit des Jahres für euch ein. Am 17. Juni wechseln Liebesgöttin Venus und Botschafter Merkur schon mal in euer Zeichen. Und zur Sommersonnenwende am 20. folgt auch die Sonne und zwar genau um 22.50 Uhr am längsten Tag des Jahres. Dann beginnt eure Zeit, die Krebssaison und die Sonne aktiviert für vier Wochen eure Vitalität und Lebensfreude. Und kurz darauf in der Nacht zum 22. Juni ist Vollmond im Steinbock in eurem Partnerhaus. Er richtet sein Scheinwerferlicht auf eure Beziehungen und alle wichtigen Menschen in eurem Leben. Die eher zurückgezogene Phase der ersten Monatshälfte ist nun wieder vergessen. Ihr seid sinnlich, verführerisch und man kann euch einfach keinen Wunsch abschlagen. Wichtige Termine solltet ihr auf jeden Fall in diese zwei Wochen legen. Und egal ob Single oder liiert, Date Nights müssen einfach sein. Kurz bevor der Monat zu Ende ist, haben wir dann noch einen wichtigen Zeichenwechsel. Schamanin Lilith wird ab dem 29. Juni für die nächsten neun Monate in der gerechtigkeitsliebenden Waage stehen. Und bei euch betrifft das den Familien- und Heimatbereich. Die wilde Göttin wird euch dabei unterstützen für euer Zuhause und die Euren mutig einzustehen. Es kann aber auch zu Reibereien mit euren Töchtern, Schwestern oder Nachbarinnen kommen. Lilith kann auch für einen Emanzipationsprozess stehen. Vielleicht wird euer Nachwuchs flügge und zieht aus oder ihr verändert selbst euren Wohnort. Egal worum es geht, Lilith wird euch dabei helfen, mutig für eure Interessen einzutreten. Das waren eure Tendenzen im Juni. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr strahlenden Löwegeborenen und Löwe-Ascendenten. Ein fröhlicher und kunterbunter Monat liegt vor euch. Und nicht nur die Fußball-EM wird euch Möglichkeiten bieten, um euren inneren Spieltrieb auszuleben. Neben Jupiter, der jetzt zwölf Monate günstig für euch steht, wird auch die wilde Göttin Lilith das Zeichen wechseln und auch davon profitiert ihr. Bevor wir uns das genauer anschauen, gibt es noch spannende Neuigkeiten aus meiner Sternenwerkstatt. Am 4. Juni ist es soweit. Die Antonias Sterne-Community öffnet ihre Tore. Werdet Teil einer exklusiven Gemeinschaft, in der wir tief ins Horoskop eintauchen. Egal, ob ihr noch am Anfang steht oder euch schon lange für Astrologie begeistert, hier findet ihr einen Platz unter Gleichgesinnten. Auf der Basis eures persönlichen Geburtshoroskops begleite ich euch durch das Jahr und in unseren Zoom-Meetings erhaltet ihr Antworten auf eure Fragen. Genießt außerdem Mitgliederrabatte und viele andere Vorteile. Kommt jetzt in die Community, dann spart ihr 150 Euro auf die Jahresmitgliedschaft und ihr könnt eine Premium-Beratung bei mir gewinnen. Das Angebot gilt bis zum 16. Juni. Mehr Infos zu euren Vorteilen und zur Anmeldung verlinke ich hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Ich freue mich riesig, euch bald zu begrüßen. Der Juni bringt euch viel Leichtigkeit und gesellige Stunden mit Freunden oder auch in euren Vereinen. Der Sommer flirt und summt und euch steht der Sinn nach lauen Abenden in Biergarten und lustigen Tagen. In der Liebe kann es zu gut gelaunten Flirts in der Clique kommen. Daraus muss nicht zwingend gleich die große Liebe werden, aber ihr seid offen für Neckereien und könnt mit eurem Charme schnell Eindruck machen. Passt nur auf, dass euer Schatz das nicht in den falschen Hals bekommt. Zum Beispiel, wenn ihr beim Public Viewing auch anderen schöne Augen macht. Liebesgöttin Venus bildet im Laufe des Monats nämlich immer mal wieder Spannungen und das kann zu Grundsatzdiskussionen oder Eifersucht führen, wenn ihr die Gefühle eures Partners oder der Partnerin nicht ernst genug nehmt. Am 6. Juni haben wir dann den Neumond in den geselligen Zwillingen und für euch ist das ein sehr schöner Tag, den ihr wunderbar dazu nutzen könnt, um euch energetisch mit eurem sozialen Umfeld zu verbinden. Wenn hier alles im Reinen ist, dann schickt Liebe und Dankbarkeit an die Menschen, die euch umgeben. Aber wenn es etwas zu heilen gibt oder ihr euch nach neuen Kontakten sehnt, dann ist es auch eine sehr gute Möglichkeit, um die Weichen dafür zu stellen. Zum Beispiel in einer Meditation oder mithilfe eines schönen Rituals. In eurem Job oder in eurem öffentlichen Leben kann es ab dem 9. Juni zu Spannungen oder auch einfach zu einem höheren Workload kommen. Krieger Mars geht dann in den Stier und bei euch ist das der kosmische Karrierebereich. In den nächsten sechs Wochen könnt ihr beruflich viel erreichen, aber mit Mars muss man halt auch kämpfen oder harte Entscheidungen treffen. Vom 9. bis zum 15. Juni habt ihr auch ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Seid ein bisschen vorsichtig, besonders wenn ihr Außendiensttermine wahrnehmt oder auf Geschäftsreise fahrt. Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen, wenn euch Kollegen oder Kunden ein bisschen stressen und versucht gemeinsam Lösungen zu finden. Ab dem 17. Juni kommt eine neue Energie auf, dann wechseln mehrere Planeten in euer Nachbarzeichen Krebs. Merkur und Venus gehen am 17. vor und am 20. Juni folgt dann die Sonne. Die Zeit der gefühlvollen Krebse beginnt mit der Sommersonnenwende und eure Herrscherin, die Sonne, steht dann im Zenit ihrer Kraft. Das solltet ihr unbedingt genießen. In der Nacht zum 22. Juni haben wir dann den Vollmond im Steinbock und der erinnert euch daran, dass auch der Alltag im Sommer besonders schön ist. Vielleicht fühlt ihr euch motiviert, vor der Arbeit joggen oder schwimmen zu gehen. Oder ihr legt ein oder zwei Fastentage ein und tut eurem Körper damit etwas Gutes. Obwohl Vollmond ist, sollte euch das mit der disziplinierten Steinbockenergie leicht fallen. Bevor der Monat endet, haben wir noch einen wichtigen Zeichenwechsel, der euch super gut gefallen wird. Die wilde Göttin Lilith wechselt am 29. Juni in die charmante Waage und aktiviert damit euren Lebensbereich für Lernen, Wissen und Kommunikation. Lilith steht dann neun Monate lang günstig für euch. Neue Menschen, häufig Frauen, werden euch begegnen und euer Interesse für neue Themengebiete wecken. Zum Beispiel Fragen der Gerechtigkeit, neue gesellschaftliche Entwicklungen oder auch Kunst und Kreativität. Auch das Verhältnis zu euren Geschwistern, besonders Schwestern, kann sich dadurch verändern und weiterentwickeln. Das wird eine spannende Zeit. Das waren eure Tendenzen im Juni. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr hilfsbereiten Jungfraugeborenen und Jungfrau-Ascendenten. Nach neun Monaten verlässt die wilde Göttin Lilith euer Zeichen und ich bin mir sicher, ihr habt während dieser Zeit große Schritte Richtung Selbstständigkeit und Unabhängigkeit gemacht. Gleichzeitig ist der Juni für euch immer eine Zeit, in der ihr super viel zu tun habt, gerade im Beruf und eurem öffentlichen Leben. Dieses Jahr vielleicht sogar noch mehr als sonst, weil Jupiter jetzt seinerzeit durch euer Karrierehaus angetreten ist. Bevor wir uns das näher anschauen, habe ich noch spannende Neuigkeiten aus meiner Sternenwerkstatt. Am 4. Juni ist es soweit. Die Antonias Sterne-Community öffnet ihre Tore. Werdet Teil einer exklusiven Gemeinschaft, in der wir tief ins Horoskop eintauchen. Egal, ob ihr noch am Anfang steht oder euch schon lange für Astrologie begeistert, hier findet ihr einen Platz unter Gleichgesinnten. Auf der Basis eures persönlichen Geburtshoroskops begleite ich euch durch das Jahr und in unseren Zoom-Meetings erhaltet ihr Antworten auf eure Fragen. Genießt außerdem Mitgliederrabatte und viele andere Vorteile. Kommt jetzt in die Community, dann spart ihr 150 Euro auf die Jahresmitgliedschaft und ihr könnt eine Premium-Beratung bei mir gewinnen. Das Angebot gilt bis zum 16. Juni. Mehr Infos zu euren Vorteilen und zur Anmeldung verlinke ich hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Ich freue mich riesig, euch bald zu begrüßen. Der Juni bringt euch viel Kommunikation, gute Gespräche und auch ziemlich volle Schreibtische. Vor euch liegt ein sehr produktiver Monat, in dem ihr beruflich einen großen Schritt vorwärts gehen könnt. Vielleicht merkt ihr schon den Einfluss von Jupiter in eurem Karrierebereich. Es könnte jetzt auch viel darüber gesprochen werden, dass ihr eine Beförderung erhaltet oder mehr Verantwortung übernehmen sollt. Lasst euch sowas aber auf jeden Fall schriftlich geben und vertraut nicht nur auf das Wort. Mit dem Einfluss von Jupiter klingt so etwas oft total schön, aber es gibt eine gewisse Neigung zu Übertreibungen. Behaltet das einfach im Hinterkopf. Im Juni können sich Berufliches und Privates bei euch auch ziemlich vermischen. Liebesgöttin Venus kommt nämlich auch mal auf einem Besuch an eurem Arbeitsplatz vorbei und da kann es dann schnell locker und flirty werden. Ihr seid ja eigentlich nicht so leicht zu beeindrucken, aber passt auf, dass ihr nicht einem Kollegen oder einer Kollegin aus Versehen den Kopf verdreht, gerade wenn ihr im Juni ein Sommerfest in der Arbeit habt oder vielleicht gemeinsam ein Fußball-EM-Spiel schaut. Da kann es dann auch schnell mal zu Eifersüchteleien kommen und ihr versteht die Welt nicht mehr. Falls ihr euch beruflich neu orientieren wollt oder euch in der letzten Zeit ein bisschen festgefahren fühlt, dann könnt ihr super mit dem Neumond in den Zwillingen am 6. Juni arbeiten. Beschäftigt euch an diesem Tag in einer Meditation mit eurer Karriere und lasst euch vom Universum inspirieren. Gerade wenn ihr wisst, dass ihr euch verändern wollt, aber noch nicht den richtigen Weg gefunden habt oder euch noch nicht getraut habt, ihn zu gehen. Ab Mitte Juni richtet sich der Fokus dann langsam mehr auf eure Freizeit als auf euren Job, wenn erst Merkur und dann Venus am 17. Juni und drei Tage später am 20. Juni die Sonne in den gefühlvollen Krebs wandern und dann feiern wir die Sommersonnenwende. Besonders zum Vollmond in der Nacht zum 22. Juni auf der Achse Krebs-Steinbock wollt ihr sicher Zeit mit euren Freunden und euren sozialen Kontakten verbringen, weil euer Herz sich danach sehnt, mit Gleichgesinnten zu lachen, anstatt nur vor dem Monitor zu sitzen. Bevor der Juni geht, haben wir noch einen ganz wichtigen Zeichenwechsel, den ihr stark spüren werdet. Schamanin Lilith hat ein Jahr lang euer Zeichen durchwandert und auf ihrer Reise hat sie euch wahrscheinlich ein Stück weit selbstsicherer und authentischer gemacht. Um des lieben Friedens willen neigt ihr oft dazu, anderen Recht zu geben, es anderen Recht zu machen und eure Bedürfnisse hinanzustellen und das kann Lilith überhaupt nicht leiden. Die wilde Göttin hat euch hoffentlich dabei geholfen, mutiger zu sein, aber vielleicht habt ihr euch in der Phase gelegentlich auch ein bisschen einsam gefühlt. Am 29. Juni wandert sie nun in euer Nachbarzeichen Waage und wird euch hier helfen, euch in finanziellen Themen mehr zu emanzipieren. Ihr wünscht euch nun bezüglich eures Besitzes und eurer Werte mehr Unabhängigkeit und Freiheit. Vielleicht bekommt ihr auch Lust, in Kunstprojekte oder Soziales zu investieren, weil ihr daran glaubt. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Zeit mit Lilith erlebt habt und ob ihr eine besondere Lilith-Erfahrung gemacht habt. Ich freue mich immer sehr über eure Geschichten. Das waren eure Tendenzen im Juni. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr charmanten, vage Geborenen und vage Aszendenten. Der Juni bringt euch nicht nur schöne Reiseimpulse, sondern auch einen wichtigen kosmischen Wechsel. Ende des Monats wird die wilde Göttin Lilith in euer Zeichen wechseln und für neun Monate eure innere Urkraft aktivieren und euch vielleicht noch ganz neue Seiten an euch selbst zeigen. Bevor wir uns das näher anschauen, gibt es tolle Neuigkeiten aus meiner Sternenwerkstatt, von denen ich euch unbedingt erzählen muss. Am 4. Juni ist es soweit. Die Antonias Sterne Community öffnet ihre Tore. Werdet Teil einer exklusiven Gemeinschaft, in der wir tief ins Horoskop eintauchen. Egal, ob ihr noch am Anfang steht oder euch schon lange für Astrologie begeistert, hier findet ihr einen Platz unter Gleichgesinnten. Auf der Basis eures persönlichen Geburtshoroskops begleite ich euch durch das Jahr und in unseren Zoom-Meetings erhaltet ihr Antworten auf eure Fragen. Genießt außerdem Mitgliederrabatte und viele andere Vorteile. Kommt jetzt in die Community, dann spart ihr 150 Euro auf die Jahresmitgliedschaft und ihr könnt eine Premium-Beratung bei mir gewinnen. Das Angebot gilt bis zum 16. Juni. Mehr Infos zu euren Vorteilen und zur Anmeldung verlinke ich hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes. Ich freue mich riesig, euch bald zu begrüßen. Im Juni habt ihr Fernweh und sehnt euch nach neuen Erfahrungen. Es wäre schön, wenn ihr jetzt zum Beispiel im Urlaub die Seele baumeln lassen könntet. Exotische Strände und aufregende Kulturen bringen euch jetzt in Hochstimmung. Falls Verreisen für euch gerade nicht möglich sein sollte, verbringt auf jeden Fall viel Zeit auf Sommerfesten oder entdeckt eure Heimatstadt neu. Hier in Köln kann man zum Beispiel sogenannte Free-Walking-Touren machen. Bei sowas lernt man immer etwas Neues, egal wie lange man schon an einem Ort lebt. Besonders der Neumond am 6. Juni wird euch dazu inspirieren, euch mit neuen Themen zu beschäftigen. Verbindet euch in einer Meditation zum Neumond mit dieser horizonterweiternden Energie und lasst euch vom Universum inspirieren. Vielleicht ist es ja auch die Fußball-EM, die plötzlich eine unerwartete Faszination auf euch ausübt. Auch für Flirts und Dates und andere Verabredungen habt ihr Supersterne, weil ihr von der leichten und fröhlichen Luftenergie der Zwillinge profitiert. In der zweiten Monatshälfte bekommen wir dann ganz andere Energien. Erst wechseln Merkur und Venus gemeinsam am 17. Juni in den sensiblen Krebs. Und drei Tage später haben wir dann die Sommersonnenwende am 20. Juni und die Krebssaison beginnt. Für euch liegt der Fokus dann in den nächsten vier Wochen auf eurem Job und eurem öffentlichen Leben. Es kann noch mal ziemlich intensiv im Job werden, weil vielleicht noch vieles fertig werden soll, bevor die Sommerferien beginnen. Für Kundentermine und Präsentationen habt ihr in der Zeit Supersterne. Verbringt nur nicht zu viel Zeit vor dem Rechner, während draußen der Sommer zur Höchstform aufläuft. Schon zwei Tage später, in der Nacht zum 22. Juni, findet der Vollmond auf der Achse Krebs-Steinbock statt und aktiviert den Heimatbereich in eurem Horoskop. In diesen Tagen könntet ihr Schwierigkeiten haben, private und berufliche Termine unter einen Hut zu bekommen. Das Sommerfest der Kinder in der Schule und die Dienstreise fallen vielleicht auf die gleiche Woche und dann müsst ihr jonglieren wie die Weltmeister, um alle Aktivitäten gleichzeitig zu organisieren. Wenn die wilde Göttin Lilith am 29. Juni ihren neunmonatigen Transit durch euer Zeichen beginnt, wird es euch öfter so gehen, dass ihr euch zwischen Pflicht und Wunsch entscheiden müsst. Und Lilith will vor allem, dass ihr glücklich seid und emanzipiert leben könnt. Während sie durch euer Zeichen wandert oder euren Aszendenten überquert, wird sie euch immer wieder fragen, ob ihr in eurem Gleichgewicht seid zwischen Geben und Nehmen, Freiheit und Verbindlichkeiten, Diplomatie und Authentizität. Eigentlich seid ihr ja sehr gesellig und orientiert euch stark an euren Beziehungen, aber mit der wilden Göttin an eurer Seite kann das auch mal ganz anders aussehen. Vor allem in den vier Wochen, in denen sie direkt auf eurer Sonne oder dem Aszendenten steht. Ihr geht es auch um die Befreiung von Menschen oder Beziehungen, die euch nicht mehr guttun und die ihr gehen lassen dürft. Ebenso wollt ihr vielleicht mehr Zeit mit euch selbst verbringen und die Seiten von euch entdecken, die vielleicht wild und unangepasst sind, die ihr aber normalerweise unterdrückt, um nett zu sein und gut auszusehen. Eigentlich seid ihr ja die Eleganz in Person, aber jetzt dürft ihr auch mal den Lippenstift weglassen und barfuß über eine Sommerwiese laufen. Viele vage Geborene sind ja auch künstlerisch sehr begabt und ihr dürft euch freuen, dass Lilith euch viele kreative Inspirationen schenken wird. Das waren eure Tendenzen im Juni. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr tiefschürfenden Skorpiongeborenen und Skorpion-Ascendenten. Im Juni haben wir einen spannenden Wechsel, weil Schamanin Lilith in euren Lebensbereich für Intuition und Spiritualität wandert und euch bei eurer Verbindung zum Universum unterstützen wird. Auch sonst ist viel geboten. Glücksplanet Jupiter und viel flirrende Zwillingsenergie lassen es prickeln. Gleich schauen wir uns das im Detail an. Vorher möchte ich euch noch ein echtes Herzensprojekt aus meiner Sternenwerkstatt vorstellen. Am 4. Juni ist es soweit. Die Antonias Sterne-Community öffnet ihre Tore. Werdet Teil einer exklusiven Gemeinschaft, in der wir tief ins Horoskop eintauchen. Egal, ob ihr noch am Anfang steht oder euch schon lange für Astrologie begeistert, hier findet ihr einen Platz unter Gleichgesinnten. Auf der Basis eures persönlichen Geburtshoroskops begleite ich euch durch das Jahr und in unseren Zoom-Meetings erhaltet ihr Antworten auf eure Fragen. Genießt außerdem Mitgliederrabatte und viele andere Vorteile. Kommt jetzt in die Community, dann spart ihr 150 Euro auf die Jahresmitgliedschaft und ihr könnt eine Premium-Beratung bei mir gewinnen. Das Angebot gilt bis zum 16. Juni. Mehr Infos zu euren Vorteilen und zur Anmeldung verlinke ich hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes. Ich freue mich riesig, euch bald zu begrüßen. Anfang Juni habt ihr viel Power für wichtige Vertragsthemen oder auch wenn es um Entscheidungen geht, die eure Zukunft angehen. Optimist Jupiter befindet sich jetzt in eurem Lebensbereich von Transformation und Tiefe und gleichzeitig stehen hier auch die Sonne, Götterbote Merkur und Liebesgöttin Venus. Das kann euch dazu anregen, euch ein Herz zu fassen, um zum Beispiel eine Therapie zu beginnen oder auch um mit eurem Partner oder Partnerin über eure erotischen Wünsche und Ideen zu sprechen. Vielleicht geht es auch um eine Erbschaft oder um eure Altersvorsorge. Jedenfalls fällt es euch in den nächsten Tagen und Wochen leichter als sonst, über solche gewichtigen oder auch heiklen Themen nachzudenken und zu sprechen. Und falls ihr dahingehend einen Vertrag unterschreiben oder wichtige Dokumente aufsetzen möchtet, zögert nicht und nutzt dafür gleich die erste Juniwoche. Der Neumond am 6. Juni kann euch dabei unterstützen und ihr könnt über solche Themen meditieren. Zum Beispiel, wenn es um Familienthemen geht, die ihr eigentlich schon lange mal ansprechen wolltet, euch aber nie getraut habt. In der Liebe kann es für euch ab dem 9. Juni recht abenteuerlich werden, denn dann wandert Krieger Mars in den Stier. Das ist euer Partnerhaus. Für sechs Wochen habt ihr dann interessante Begegnungen, die euch vielleicht auch ein bisschen provozieren oder sich als erstaunlich stur erweisen, wenn es zu Meinungsverschiedenheiten kommt. Singles, die auf der Suche sind, könnten sich von sehr attraktiven Kandidaten angezogen fühlen, auch wenn die vielleicht nicht viel sagen. Bewegung ist dann Trumpf. Wenn ihr auf der Suche seid, solltet ihr Dates wählen, die einen großen Bewegungsfaktor haben. Auf einer Wanderung oder beim Sport kann man sich näher kommen oder auch beim gemeinsamen Fußball gucken, wenn die EM losgeht. Auch die Liierten unter euch haben jetzt sicher Lust, mit dem oder der Liebsten oder anderen wichtigen Menschen schöne Stunden in der Natur zu verbringen. Aber passt zwischen dem 9. und dem 15. Juni gut auf euch auf, dann könnte das Verletzungsrisiko erhöht sein. Ab Mitte des Monats ändert sich dann langsam die Energie. Die Planeten wandern nach und nach aus den geselligen Zwillingen in den gefühlvollen Krebs. Am 17. gehen Mars und Venus vorweg und die Sonne folgt zur Sommersonnenwende am 20. Juni. Und dann beginnt die Krebssaison. Für vier Wochen weckt die Sonne dann eure Reiselust und euren Sinn für Abenteuer, Exotik und fremde Kulturen. Ich kann mir gut vorstellen, dass bei euch die Sehnsucht nach dem Meer groß wird. Wenn das gerade nicht möglich sein sollte, versucht trotzdem, Zeit am Wasser zu verbringen. Und sei es nur ein See oder ein Fluss. In der Nacht zum 22. Juni haben wir den Vollmond auf der Achse Krebs-Steinbock. Und für euch wäre es am besten, den Abend mit lieben Menschen in einem exotischen Restaurant zu verbringen und über vergangene Reisen und neue Abenteuer zu philosophieren. Kurz vor Ende des Monats, am 29. Juni, wechselt Schamanin Lilith in die Waage. Für euch wird sie in den nächsten neun Monaten eure Spiritualität und eure Intuition verstärken. Und ihr könnt neue Tiefen in eurer Verbindung mit euch selbst und eurer Seele entdecken. Falls ihr spirituell arbeitet, wird das eine tolle Erfahrung. Aber auch ihr anderen werdet sicher in euren Träumen wichtige Botschaften erhalten. Das waren eure Tendenzen im Juni. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr lebensfrohen Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten. Der Transit von Jupiter in eurem Partnerhaus Zwillinge beginnt sich jetzt zu entfalten. Es gibt bestimmt viele Gelegenheiten, tolle Leute kennenzulernen. Und es würde mich nicht wundern, wenn ihr viele Einladungen zu netten Partys erhalten würdet. Spannend für euch ist auch der Wechsel der wilden Lilith in die Waage. Sie steht dann für neun Monate sehr günstig und inspirierend für euch. Doch bevor wir uns das näher anschauen, gibt es aufregende Neuigkeiten aus meiner Sternenwerkstatt. Am 4. Juni ist es soweit. Die Antonias Sterne-Community öffnet ihre Tore. Werdet Teil einer exklusiven Gemeinschaft, in der wir tief ins Horoskop eintauchen. Egal, ob ihr noch am Anfang steht oder euch schon lange für Astrologie begeistert, hier findet ihr einen Platz unter Gleichgesinnten. Auf der Basis eures persönlichen Geburtshoroskops begleite ich euch durch das Jahr und in unseren Zoom-Meetings erhaltet ihr Antworten auf eure Fragen. Genießt außerdem Mitgliederrabatte und viele andere Vorteile. Kommt jetzt in die Community, dann spart ihr 150 Euro auf die Jahresmitgliedschaft und ihr könnt eine Premium-Beratung bei mir gewinnen. Das Angebot gilt bis zum 16. Juni. Mehr Infos zu euren Vorteilen und zur Anmeldung verlinke ich hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Ich freue mich riesig, euch bald zu begrüßen. Im Juni ist die kosmische Energie voll auf die wichtigen Menschen in eurem Leben ausgerichtet. Egal, ob Single oder Liiert, alles dreht sich jetzt um eure Partnerschaften, enge Freunde und andere wichtige Menschen. Ihr seid in verspielter Stimmung und gut gelaunt. Wenn es allerdings doch einen Wermutstropfen in euren Beziehungen gibt, sei es, dass ihr euch eine neue Partnerschaft wünscht, neue Freunde oder dass ihr in bestehenden Beziehungen etwas heilen möchtet, dann solltet ihr auf jeden Fall mit dem wichtigen Beziehungsneumond am 6. Juni in eurem Partnerhaus Zwillinge arbeiten. Hier könnt ihr wunderbar das Saatkorn legen für alles, was ihr euch im zwischenmenschlichen Bereich wünscht. Meditiert zum Neumond und schreibt euch eine Wunschliste. Arbeitet mit Affirmationen oder haltet ein kleines Ritual ab. Versucht vor allem, innerlich von dem Gedanken abzurücken, dass etwas nie mehr werden kann. Man ist nie zu alt für etwas und eine Situation ist nie zu verfahren. Das Einzige, was sich immer erfüllt, sind eure Glaubenssätze. Und wer weiß, vielleicht sitzt ihr einfach nur zum Public Viewing im Biergarten und am gleichen Tisch sitzt ein Mensch, der euer Leben für immer verändern wird. Tatsächlich können Wunder passieren. Ihr müsst einfach nur dran glauben. Ihr solltet die Zeit bis zum 17. Juni auf jeden Fall für Dates und wichtige Geschäftstermine nutzen. Da habt ihr besonders gute Erfolgschancen. Am 17. Juni machen sich die Planeten dann langsam auf, euer Partnerhaus zu verlassen und in den gefühlvollen Krebs zu wandern. Für euch wird es dann ernster und verbindlicher in der Liebe und in euren Beziehungen. Am 20. Juni um 22.50 Uhr wandert die Sonne in den Krebs und wir feiern Sommersonnenwende. Für die nächsten Wochen wird es dann mehr und mehr ums Materielle und um Verpflichtungen gehen, als nur um Spiel und Flirt. Das werdet ihr vor allem merken, wenn wir am 22. Juni den Vollmond im materialistischen Steinbock haben. Achtet rund um den Tag ein bisschen auf eure Finanzthemen. Vielleicht wollt ihr investieren oder Geld anlegen, dann wäre das ein guter Zeitpunkt, um sich mit so einem Thema zu beschäftigen. Auch Erbschaftsthemen könnten sich zeigen und müssen vielleicht mit euren Geschwistern besprochen werden. Bevor wir den Monat abschließen, haben wir noch zwei wichtige Energiewechsel am 29. Juni. Zum einen wird Saturn rückläufig und das werdet ihr ziemlich stark spüren, weil er rund um den Richtungswechsel sehr stark wirkt und das in eurem Heimat- und Familienbereich. Da kann der Haussegen ein bisschen schief hängen, weil Regeln und Routinen auf dem Prüfstand stehen und ihr euch nicht einig werdet, was das richtige Vorgehen ist. Und der 29. Juni ist auch der Wechsel der wilden Göttin Lilith in die Waage. Das ist bei euch der Freundschafts- und Sozialbereich und sie verlässt damit euer Karrierehaus. Vielleicht hat sich beruflich in den letzten neun Monaten bei euch viel getan und ihr habt euch zum Beispiel selbstständig gemacht. Das war dann eine aufregende, aber wahrscheinlich auch ziemlich fordernde Phase, die jetzt vorbei ist. Lilith steht in der Waage viel günstiger für euch und wird euch sicher mit tollen neuen Leuten in Kontakt bringen, die euer soziales Umfeld erweitern und vielleicht mal so ganz anders sind als euer normaler Freundeskreis. Unangepasste Menschen werden euch dann nicht nur besonders anziehen und faszinieren, sondern euch auch Seiten an euch selbst zeigen, die ihr vielleicht noch gar nicht kanntet. Das waren eure Tendenzen im Juni. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr ausdauernden Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten. Jupiter hat nun das Zeichen gewechselt. Spürt ihr den Unterschied? Zur Steinbock-Sonne steht er jetzt nicht mehr so günstig, aber vielleicht habt ihr ja Planeten im Wassermann. Die würden enorm von der neuen Jupiter-Energie profitieren. Falls ihr gern gemeinsam mit mir euer Horoskop näher kennenlernen würdet, dann habe ich spannende Nachrichten aus meiner Sternenwerkstatt für euch. Am 4. Juni ist es soweit. Die Antonias-Sterne-Community öffnet ihre Tore. Werdet Teil einer exklusiven Gemeinschaft, in der wir tief ins Horoskop eintauchen. Egal, ob ihr noch am Anfang steht oder euch schon lange für Astrologie begeistert, hier findet ihr einen Platz unter Gleichgesinnten. Auf der Basis eures persönlichen Geburtshoroskops begleite ich euch durch das Jahr und in unseren Zoom-Meetings erhaltet ihr Antworten auf eure Fragen. Genießt außerdem Mitgliederrabatte und viele andere Vorteile. Kommt jetzt in die Community, dann spart ihr 150 Euro auf die Jahresmitgliedschaft und ihr könnt eine Premium-Beratung bei mir gewinnen. Das Angebot gilt bis zum 16. Juni. Mehr Infos zu euren Vorteilen und zur Anmeldung verlinke ich hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes. Ich freue mich riesig, euch bald zu begrüßen. Eure tägliche Arbeit und eure Gesundheit stehen zu Beginn des Monats im Vordergrund und wir haben in der 1. Juni-Woche fantastische Aspekte für beides. Deshalb dürftet ihr einen angenehmen Workflow mit netten Kollegen erleben. Falls ihr Gesundheitstermine habt, werden die gut und informativ verlaufen. Auch der Neumond am 6. Juni regt solche Arbeits- und Gesundheitsthemen stark an. Deshalb könntet ihr dann gut ein neues Arbeitsprojekt beginnen oder eine tolle neue Gesundheitsroutine starten. Rechnet aber in den beiden Wochen darauf damit, dass es ein bisschen zäh werden kann. Da haben wir eine Zeit, in der Saturn viele Vorhaben erst mal testet, ob sie auch was taugen. Aber ich denke, damit werdet ihr gut fertig, denn die meisten Steinbock-Geborenen sind realistisch genug, um zu wissen, dass es auch bei den besten Projekten Verzögerungen oder Ausfälle geben kann. Wenn euer Plan gut ist, wird euch das nicht erschüttern. Eine gute Nachricht für euren Energiehaushalt ist, dass Powerplanet Mars am 9. Juni in den Stier wechselt und dann für sechs Wochen super günstig für euch steht. Die Fans der Fußball-EM unter euch werden begeistert sein, denn eure Lust am Sport ist geweckt beim Zuschauen, aber auch, wenn ihr selbst aktiv seid oder werden wollt. Gleichzeitig weckt Mars auch eure Lust auf Erotik und Sinnlichkeit. Und wahrscheinlich werdet ihr feststellen, dass ihr viel Kraft und Ausdauer habt, um auch anstrengende Projekte gut zu bewältigen. Für die Liebe wird die zweite Monatshälfte spannend, denn dann aktiviert Liebesgöttin Venus zusammen mit Denker Merkur euer Partnerhaus. Das bringt schöne Gelegenheiten zum geselligen Austausch für die Singles unter euch, auch um Leute kennenzulernen und zu flirten. Für einige von euch ist weiterhin ein großes Thema, dass es in der Familie Bedürftigkeiten oder in eurer Wohnsituation Baustellen gibt. Da seid ihr immer wieder gefordert und in der zweiten Monatshälfte kann es sein, dass auch mal eine Verabredung verschoben werden muss, weil die Verantwortung zu Hause bei euch ruft. Trotzdem wird die Liebe bei euch weiterhin belebt, denn am 20. Juni wechselt auch die Sonne in den Krebs in euer Partnerhaus und aktiviert dann für die kommenden vier Wochen euren Beziehungsbereich. Der Start der Krebssaison ist zugleich auch die Sommersonnenwende. Genießt diese Tage im Kreise lieber Menschen, wenn ihr könnt. Kurz darauf in der Nacht zum 22. Juni erlebt ihr den wichtigsten Beziehungsvollmond des Jahres im Steinbock. Er eignet sich fantastisch für eine Meditation oder ein Ritual, um eure Partnerschaft zu stärken beziehungsweise um den Menschen eurer Träume in euer Leben zu ziehen. Am 29. Juni gibt es nochmal einen wichtigen Energiewechsel, wenn die wilde Lilith in die Waage geht. In den kommenden neun Monaten geht es dann für euch um mehr Gerechtigkeit, Freiheit und Selbstbestimmung auf eurem Karriereweg. Vielleicht sind das auch Themen, für die ihr euch gesellschaftlich engagieren wollt. Gleichzeitig wird euer Herrscher Saturn rückläufig und entwickelt dadurch eine besondere Kraft der Konzentration und Manifestation. So ist die Zeit vom 25. Juni bis 4. Juli stark von Saturn beeinflusst und für euch kann das sogar ein Geschenk sein. Ihr könnt diese Tage nutzen, um über eure verschiedenen Projekte, eure Verantwortung und überhaupt alles, was euch wichtig ist, nachzudenken. Haltet auch Smartphone oder Notizblock bereit, um eure Ideen zu notieren. Und wenn ihr mitten in einem wichtigen Projekt seid, sind das gute Tage, um konzentriert und aufmerksam daran weiterzuarbeiten. Das waren eure Tendenzen im Juni. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr unkonventionellen Wassermanngeborenen und Wassermann-Ascendenten. Vor uns liegt ein neuer Monat, der euch doppelt positiv beeinflussen wird. Viele Planeten stehen gerade in den geselligen Zwillingen und die wilde Göttin Lilith wechselt in die charmante Waage. Für euch eine Win-Win-Situation. Gleich schauen wir uns das näher an, doch vorher freue ich mich riesig, euch mein neues, absolutes Herzensprojekt aus meiner Sternenwerkstatt vorzustellen. Am 4. Juni ist es soweit. Die Antonias Sterne-Community öffnet ihre Tore. Werdet Teil einer exklusiven Gemeinschaft, in der wir tief ins Horoskop eintauchen. Egal, ob ihr noch am Anfang steht oder euch schon lange für Astrologie begeistert, hier findet ihr einen Platz unter Gleichgesinnten. Auf der Basis eures persönlichen Geburtshoroskops begleite ich euch durch das Jahr und in unseren Zoom-Meetings erhaltet ihr Antworten auf eure Fragen. Genießt außerdem Mitgliederrabatte und viele andere Vorteile. Kommt jetzt in die Community, dann spart ihr 150 Euro auf die Jahresmitgliedschaft und ihr könnt eine Premium-Beratung bei mir gewinnen. Das Angebot gilt bis zum 16. Juni. Mehr Infos zu euren Vorteilen und zur Anmeldung verlinke ich hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes. Ich freue mich riesig, euch bald zu begrüßen. Im Juni ist euer Spieltrieb geweckt und ihr habt viele kreative Ideen. Ihr braucht jetzt genug Muße, um die ganze Inspiration auch umsetzen zu können. Blockt euch in der ersten Junihälfte möglichst viel Zeit, um eurer künstlerischen Ader nachzugehen. Auch Flirts liegen in der Luft. Ihr seid sehr charmant und kokettiert wahrscheinlich, ohne es zu merken, mit jedem, der euch begegnet. Wenn ihr mit Kunst nicht so viel am Hut habt, dann ist dieser Aspekt auch super günstig für schöne Aktivität mit euren Kindern oder euren Enkeln. Auf jeden Fall könnt ihr den Neumond in den Zwillingen am 6. Juni eurer Kreativität und euren Herzensprojekten widmen. Auch wenn ihr euch nach mehr Leichtigkeit oder Lebensfreude sehnt, ist der Neumond dafür super geeignet, um solche Wünsche ans Universum zu schicken. Rund um den 9. Juni gibt es dann ein paar Tage mit erhöhtem Verletzungsrisiko für euch, gerade in euren eigenen vier Wänden. Das liegt daran, dass Powerplanet Mars in den Stier wandert. Das ist bei euch der Bereich des Heims und der Familie. In den ersten Tagen ist dieser Aspekt etwas heikel. Deshalb gebt gut auf euch acht. Aber wenn ihr zum Beispiel ab Mitte Juni ein Renovierungsprojekt oder einen Umzug in Angriff nehmen wollt, habt ihr super Power und Energie dafür. Nur zwischen dem 9. und dem 15. solltet ihr besonders aufpassen, dass ihr nicht von der Leiter fallt oder euch ein Hammer auf den Fuß fällt. Auch im Biergarten zum Public Viewing schaut lieber nicht zu tief ins Glas und flirtet nur mit dem Nachbartisch, wenn das bei euch zu Hause keine Probleme bringt. In der zweiten Junihälfte wird es dann ein bisschen fordernder für euch, was euren Alltag und eure Verpflichtungen angeht. Gut möglich, dass einiges liegen geblieben ist und ihr jetzt daran erinnert werdet, Arzttermine wahrzunehmen oder Kundentermine abzuhalten. Am 20. Juni haben wir die Sommersonnenwende dieses Jahr abends um 22.50 Uhr und die Sonne wandert in den fürsorglichen Krebs. Das fördert auch euer Verantwortungsbewusstsein und vielleicht wird euch rund um den 22. Juni bewusst, dass ihr es in den letzten Tagen ein bisschen übertrieben habt mit Spaß und Spiel und eure körperlichen Grenzen ein bisschen zu locker gesehen habt. Wir haben da nämlich den Vollmond im disziplinierten Steinbock und das könnte euch mal zwei Tage den Stecker ziehen. Eure Akkus sind möglicherweise einfach leer und ihr braucht Schlaf, Erholung und Rückzug. Ihr könntet aber auch spannende Träume zu diesem Vollmond haben, da lohnt sich auf jeden Fall ein Traumtagebuch bereitzulegen. Bevor der Juni sich wieder verabschiedet, ist am 29. noch einiges los. Zum einen wird der große Kritiker Saturn rückläufig und wirkt dann besonders stark. Lasst lieber die Finger von Finanzgeschäften und zwar so in der Zeit vom 25. Juni bis zum 4. Juli. Zum anderen reist die wilde Göttin Lilith in die kunstsinnige Waage und steht jetzt neun Monate super positiv für euch. Lilith wird eure Reiselust und euer Interesse an fremden Kulturen verstärken. Gut möglich, dass ihr einen längeren Auslandsaufenthalt anstrebt oder eine neue Sprache lernt. Für die Singles unter euch steigen die Chancen, romantische Abenteuer auf Reisen oder bei kulturellen Events zu erleben. Vielleicht macht ihr auch mal einen spirituellen Trip wie ein Retreat oder den Jakobsweg. Auch das wäre sehr im Sinne der Göttin. Auf allen Reisen werdet ihr ein Stück mehr von euch selbst finden. Das waren eure Tendenzen im Juni. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr feinfühligen Fischegeborenen und Fische-Ascendenten. Der neue Monat bringt viel Fokus auf eure Familie und euer Heim. Vielleicht steckt ihr gerade mitten in einem Renovierungsprojekt oder plant einen Umzug. Dabei unterstützt euch Glücksplanet Jupiter, der jetzt in eurem Lebensbereich für eure Wurzeln steht. Interessant wird auch der Wechsel von Schamanin Lilith Ende des Monats. Das schauen wir uns gleich näher an. Doch vorher möchte ich euch gerne noch mein größtes Herzensprojekt aus meiner Sternenwerkstatt vorstellen. Am 4. Juni ist es soweit. Die Antonias Sterne Community öffnet ihre Tore. Werdet Teil einer exklusiven Gemeinschaft, in der wir tief ins Horoskop eintauchen. Egal, ob ihr noch am Anfang steht oder euch schon lange für Astrologie begeistert, hier findet ihr einen Platz unter Gleichgesinnten. Auf der Basis eures persönlichen Geburtshoroskops begleite ich euch durch das Jahr und in unseren Zoom-Meetings erhaltet ihr Antworten auf eure Fragen. Genießt außerdem Mitgliederrabatte und viele andere Vorteile. Kommt jetzt in die Community, dann spart ihr 150 Euro auf die Jahresmitgliedschaft und ihr könnt eine Premium-Beratung bei mir gewinnen. Das Angebot gilt bis zum 16. Juni. Mehr Infos zu euren Vorteilen und zur Anmeldung verlinke ich hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes. Ich freue mich riesig, euch bald zu begrüßen. Im Juni geht es erstmal viel um euer Zuhause und eure Herkunft. Das kann durchaus einen gewissen Stress auslösen. Vielleicht habt ihr ein paar Auseinandersetzungen mit euren Töchtern oder anderen Frauen, mit denen ihr zusammen wohnt. Falls ihr euch räumlich verändern wollt oder einen Anbau plant, haben wir dafür diesen Monat einen sehr passenden Neumond am 6. Juni in den klugen Zwillingen. Visualisiert in einer Meditation zum Neumond euer Heim, so wie es ihr euch vorstellt. Oder legt vielleicht auch ein Vision Board an. Das gleiche gilt übrigens auch, falls ihr euch mit eurem inneren Kind beschäftigen wollt. Vielleicht erkennt ihr Muster, die euch schon lange stören und die ihren Ursprung in eurer Kindheit haben. Falls es hier etwas zu heilen oder genauer zu beleuchten gibt, ist dieser Neumond auch super geeignet. Kosmischen Schub, um euch besser durchzusetzen oder mutiger eure Wahrheit auszusprechen, bekommt ihr ab dem 9. Juni von Powerplanet Mars. Dann fällt es euch leichter, ein bisschen energischer zu sein und euch auch zu behaupten. Wichtige Gespräche, egal ob beruflicher oder privater Natur, würde ich deswegen an eurer Stelle auf die Zeit nach dem 9. Juni legen. Gesunde Grenzen zu setzen und auch mal Nein zu sagen, ist mit Lehrmeister Saturn ja auch schon länger eine Aufgabe für euch. Hier könntet ihr zur Monatsmitte und dann nochmal Ende Juni Möglichkeiten bekommen, euch darin zu üben. Pünktlich zum Beginn der Fußball-EM entspannt sich die Situation in eurem Zuhause wieder und die Planeten wandern jetzt Stück für Stück in den feinfühligen Krebs, wo sie super günstig für euch stehen. Am 20. Juni wechselt auch die Sonne in den Krebs und dann haben wir die Sommersonnenwende. Drei Tage vorher sind Venus und Merkur schon mal vorgelaufen und ihr könnt wieder besser mit euren Kindern und Schwestern kommunizieren. Die Krebszeit ist sehr angenehm für euch und ihr habt wahrscheinlich viele kreative Impulse und häufige Möglichkeiten, schöne Stunden mit euren Kindern zu verbringen. Der Vollmond in der Nacht zum 22. Juni lenkt eure Aufmerksamkeit auf die wichtigen Freundschaften und sozialen Kontakte in eurem Leben. Vielleicht hat euer Verein sein Sommerfest oder ihr könnt einen schönen Ausflug mit eurer Clique unternehmen. Das würde euch sicher gefallen. Bevor der Juni sich auch schon wieder verabschiedet, haben wir am 29. Juni noch zwei wichtige kosmische Events. Zum einen wird Saturn rückläufig und wirkt dadurch rund um den Monatswechsel besonders stark. Das kann euch ungewohnt streng machen. Vielleicht ist das aber gar nicht mal so verkehrt. Ihr seid ja sonst immer so hilfsbereit, dass Menschen auf die Idee kommen könnten, euch auszunutzen. Am gleichen Tag wechselt die wilde Schamanin Lilith das Zeichen und wandert in die gerechtigkeitsliebende Waage. Zuvor hat sie immer wieder für Spannungen in euren Beziehungen und engen Freundschaften gesorgt, aber mit dem Ziel, dass ihr hier authentischer werdet und mehr zu euren Gefühlen steht. Jetzt wird es Zeit, diese Erfahrungen zu verarbeiten und mehr Tiefe in euren Beziehungen zuzulassen. Neun Monate lang wird Lilith durch euren Lebensbereich für Verbindlichkeiten und Verträge wandern und euch auffordern, zu dem zu stehen, was euch wichtig ist und euch von dem zu lösen, was euch nicht mehr dient. Auch neue Dimensionen der Erotik könnt ihr mit ihr erfahren. Lust und Sexualität kann Lilith nämlich sehr gut. Das waren eure Tendenzen im Juni. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen im Juni. Ich wünsche euch eine wunderschöne Sommersonnenwende. Und ich lade euch ganz herzlich zum nächsten Livestream am 4. Juni anlässlich der Eröffnung der Antonias Sterne Community ein. Da werde ich euch nochmal genauer vorstellen, was ich da alles Tolles mit euch vorhabe und dann machen wir in der Community am 6. Juni ein gemeinsames Neumondritual. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls noch nicht geschehen und aktiviert das Glöckchen für die Benachrichtigung, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Empfehlen möchte ich euch noch das Special über Jupiter in den Zwillingen als Livestream und meine Playlist mit allen Infos zur Luftepoche. Vielen Dank für euer Interesse. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.